Hola chicos y chicas and welcome to this new video on my channel, ich bin der Mr.MangoBaum und ja es gibt mal wieder so ein Infovideo von mir, vielleicht hört ihr gerade im Hintergrund ein bisschen Musik, aber auch nur wenn ihr sehr gute Ohren habt, vielleicht kann man es auch gar nicht hören, ich spiele gerade ein bisschen We Are Football und ja für alle die sich gefragt haben wie ich denn in Wirklichkeit aussehe, das bin ich. Und ja, ich will mich eigentlich nur mal kurz bei euch entschuldigen, dass diese Woche nur Montag ein Video kam und sonst bisher gar nicht, das hat damit zu tun, dass ich einige Sachen in meinem Leben ziemlich aufgeschoben habe und heute, diese Woche, nicht heute unbedingt, diese Woche kam der Tag an dem mich das eingeholt hat und da hatte ich wirklich Tage, an denen ich viel gearbeitet habe und es ist so, dass diese Woche wenig Videos kamen und ich will eine kleine Ankündigung machen, wie es denn hier weitergeht, weil da einigen von euch Schmeitscheid Lebensboden nicht so sonderlich gefällt, denke ich darüber nach, dass wir Underwood Football Manager 2 und FIFA Mobile eigentlich jetzt so zu diesem Hauptprojekt machen und sonst spiele ich einfach so Stuff, auf den ich Bock habe, also so Random Shit und wenn ich sehe, eins davon gefällt euch übelst, dann können wir da ruhig ein bisschen mehr dazu machen, ihr müsst natürlich dann auch mal was in die Kommentare schreiben und ich würde sagen, das beginnt jetzt damit, ich werde jetzt einfach Random Videos hochladen zu Underwood Football Manager 2 und FIFA Mobile, wie ich lustig bin, vielleicht auch mal ein paar alte Projekte weiterführen, da gibt es nämlich so ein paar Sachen, die ich mal vielleicht mal weiterführen möchte und ja, es werden aber diese Woche auf jeden Fall noch Videos kommen, natürlich auch der Samstag Stream, FIFA Mobile kommt auf jeden Fall, da gebe ich mir jetzt Mühe, wird wahrscheinlich dann Sonntag kommen, Underwood Football Manager 2 müsste wahrscheinlich auch noch ein Video kommen, das ist auch ein kleines bisschen Arbeit, ähm, ja, Stream Samstag und ja, ich hoffe, ihr seid dann dabei, ihr seid mir hoffentlich nicht allzu böse, ich hatte ein bisschen was, äh, zu tun, ähm, das war euer Mr. Mango Baum, mal hier in Real Life und, ja, das war's von mir, habt alle noch einen traumhaften Tag, äh, äh, ich bin bald wieder relativ aktiv zurück, hoffe ich, nächste Woche wird, glaube ich, ein bisschen entspannter und ja, bis dahin, ähm, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag und danke an ein paar neue Abonnenten, ich habe gerade so flüchtig, äh, in meinen Mails gesehen, dass ich neue Abonnenten habe, Grüße gehen raus, ich dürfte jetzt auf YouTube ein oder zwei Abonnenten mehr haben, also Grüße raus an die, die mir jetzt in letzter Zeit, äh, gefolgt sind, danke, dass ihr mich so supportet und ja, das war's jetzt wirklich von mir, habt alle noch einen wunderschönen Tag, ähm, genießt das Wochenende, tschüssi. I used to be the ghost boy running insane, I used to be the ghost boy looking for flame, I used to work so hard to get it, so hard to get it, I used to be the one living in the fast lane, I used to be the one who only climbed the rain, I used to work so hard to get it, so hard to get it.